Jo Freunde, was geht? Es ist Sonntag und ich bin endlich wieder zu Hause. Deswegen erstmal ein herzliches Willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Ich reagiere natürlich auch heute wieder auf den neuen Shop. Also schauen wir mal, was es da so drin gibt. Wir gehen an den Anfang und zwar haben wir hier erstmal das Killer-Kommando-Paket drin. Das heißt also, wait, wir können die Sachen auch hier einfach einzeln anschauen. Das ist die Sirene für 1.2, habe ich mir gekauft. War, finde ich nicht schlecht, aber finde ich jetzt nicht unbedingt lohnenswert. Dann die Exitus-Exte, auch okay nur. Die Reflex-Klingen auch in Ordnung, jetzt nichts Überkrasses. Und als Bande spart man da nochmal 1.300 V-Bucks. Also ich bekomme jetzt quasi den Skin und die Hacken quasi gerade dann dazu. Ja, ist ganz okay, man bekommt halt einfach ein bisschen Rabatt. So, dann ist wieder der Relax-Fit-Johnnessy drin. Mag ich, cooler Skin, also einfach von dem Topic her. Dieser Thor-Vibe, den man da bekommt. Dann die Snackste, cooles Wortspiel für 500 V-Bucks. Die, hm, weiß ich nicht. Aha, Christina, ganz okay. Die Tomatenfrau, Burgerfrau, der Tomatenmann, die Hacke dazu. Ich finde, dieses Tomaten- und Pizza-Thema ist ein bisschen overused worden am Ende. Also, ich habe das Gefühl gehabt, irgendwann wurde es nur noch so ein bisschen ausgeschlachtet. Aber an sich auf jeden Fall coole Items. Ich habe den Tomaten-Kopf von Anfang an gefeiert. Die Kostina fand ich auch cool, als sie noch kam. Aber irgendwann war es so ein bisschen zu viel. Dann haben wir noch Finsterherz drin. Auch ein cooler Skin für 1.5. Habe ich halt die normale Variante. Deswegen habe ich mir die jetzt nicht mehr gekauft. Der Fenix, der Fuchs. Der Kumpel von mir ist, äh, ja, Fuchs-Fen. Hört sich so komisch an. Aber du bist ein Dom, der mag halt einfach Füchse. Findet die voll cool und süß. Äh, ja, deswegen an dich, wenn du das siehst, der Fuchs geht es wieder drin. Fingerpistolen für 2.5-Berks. Auch ein cooler Emote. Ansteckend. Ganz normaler Dance. So tanzt man natürlich. Und dann Out West, leider Copyrighted. Heißt, da hören wir nix. Und setze ich doch... Der ist sogar mal ziemlich beliebt war. Ja. Der ist heute auch wieder drin. Genau. Äh, das Monarch-Level-Paket ist auch drin. Die ganzen komischen anderen Sachen sind auch alle noch drin. Äh, uh. Uh, das Zeichentrick-Paket. Nice. Okay. Lol. Das schaut wirklich cool aus. Das Zeichentrick-Truppe-Paket. Doch, Zeichentrick-Truppe-Paket. Für 2.300-Berks. Dazu der Backpack. Süß, so der Shake. Dieser Style gefällt mir sehr, sehr gut. Die Hacke auch eigentlich nice. Also, mir gefällt der Stil richtig gut. Dieser Zeichentrick. So diese OG-Mickey-Mouse-Sachen. Okay. Das ist süß. Hat ein bisschen was von Cuphead, oder? Kennt ihr Cuphead? Ich glaub, das heißt so, oder? Ich glaub, das heißt Cuphead. Hat so ein bisschen diesen Animationsstil. Aber find ich cool. Mag ich. 2.300-Berks ist natürlich jetzt nicht günstig. Aber dafür bekommt man zwei Skins und jede Menge weitere Sachen. Mit normalen Backpacks und so. Die Kombination. Obwohl, es könnte eigentlich auch schon cool aussehen. Also, mit so Schild und so auf dem Rücken. Ja, doch. Find ich ein cooles Paket. Ist mal was Neues. Ist halt nicht jetzt der 3-Millionste Skin. Ich glaub, V-Works sind da nicht dabei. Nee, aber dafür halt noch der Propeller-Hängegleiter. Ja. Doch, find ich cool. 2.300-Berks. Ist dafür auch in Ordnung. Also, heute geiles neues Paket. Und aus gegebenem Anlass, falls ihr euch da was holt. Passt auf, wenn ihr meinen Creator-Code Zenoxy antragen wollt. Dass ihr das richtig schreibt. Also, X-H-I am Ende. Mir hat gestern jemand ein Video geschickt, wie er das gekauft hat. Aber dann hat er das andersrum geschrieben. Also, nur H-X-I. Und, äh. Ja, genau. Dann funktioniert das nicht. Deswegen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Dann, äh. Könnt ihr gerne darauf achten, dass das die, die richtige Buchstabenreihenfolge ist. Ich weiß das natürlich trotzdem sehr, sehr zu schätzen. Ich fand's auch trotzdem sehr, sehr lieb. Aber, ja. Ist halt ein bisschen unlucky. Aber trotzdem, wirklich vielen Dank an jeden, der mich das so supportet. Wirklich sehr, sehr lieb von euch. Äh. Hier unten haben wir noch Fortnite-Crew natürlich drin. Die Battle Pass-Level immer noch drin. Und, äh. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ein cooler Shop heute. Auf jeden Fall ein Top von mir an der Stelle. Wenn ihr das auch fandet und meine Reaktion auf den neuen Shop immer mögt. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Da würde ich mich natürlich auch sehr gerne freuen. Mich sehr gerne freuen. Mich auch sehr drüber freuen. So. Also, ich bin, ich bin heute schon so 28 Stunden wach gewesen. Äh. Ich fahre jetzt einfach tot ins Bett. Ich bin heute sehr lange mit Umsteigen und Verspätungen und allem unterwegs gewesen. Den ganzen Tag. Ich bin um irgendwie 4 Uhr los. Und bin jetzt halt nachts angekommen. Deswegen, äh. Sorry, dass ich ein bisschen, ein bisschen durch bin. Aber, wie gesagt. Auf jeden Fall danke für den Support. Und ich wünsche euch alles erstmal einen entspannten Sonntag. Wir sehen uns vielleicht später noch auf Twitch. Bis dahin, macht's gut. Und rein, Freunde, tschüss. Musik